Hiltz Prescription Diet Multicare Katzenfutter Ein ausgewogenes Gleichgewicht an lebenswichtigen Nährstoffen ist entscheidend für eine gesunde Blase. Da ist sie ja, die Macy. Und das Hiltz Futter. Ein Überschuss an Männereistoffen kann die Bildung von Harnkristallen begünstigen. Und letztendlich zur Bildung von Blasenstein führen, die Unwohlsein verursachen und zu ernsthafteren Problemen führen können, die tierärztlich behandelt werden müssen. Das ist feines Leckerchen, ne? Das neue Futter von Hiltz. Schmackhaft. Die Macy genießt es. Fein. Die Ernährungswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Tierärzte und Tierärztinnen von Hiltz haben die klinische Ernährung Prescription Diet Multicare speziell zur Unterstützung der Harnwegs Gesundheit deiner Katze entwickelt. Das schmeckt, ne? So eine feine. So eine feine. Das hat lecker geschmeckt. Das hat gemundet. Das Hiltz Multicare Katzenfutter ist ein klinisch erprobtes Futter, das ein erneutes Auftreten der gängigsten Harnwegssymptome um 89% reduziert. Dieses Nassfutter wird mit Hohen hergestellt und hat einen unwiderstehlichen Geschmack, den deine Katze einfach lieben wird. Das hiltz Multicare Katzenfutter